Herzlich Willkommen bei Schörnig Reisen. Die Königsklasse, Familie Schörnig und unsere Königsklasse Chauffeure heißen Sie herzlich willkommen. Mit uns wird Reisen zum Erlebnis. Kein Warten auf den öffentlichen Nahverkehr, kein Kofferschleppen. Alles wird für Sie organisiert. Ihre Reise beginnt wunschgemäß mit der Taxenabholung vor der eigenen Haustür. In der Reisezentrale von Familie Schörnig werden Sie bereits erwartet. Ein kurzer Plausch mit Freunden, eine Tasse Kaffee oder ein kleines Frühstück und schon kann es losgehen auf die wohlverdiente Urlaubsreise. Das ist eine große Familie. Man fühlt sich wie zu Hause. Die Logistik, alles stimmt hundertprozentig. Die Familie, alles super. Wirklich super. Die ganze Organisation, die ist einmalig. Der Service, alles. Exklusiv. Sie reisen in unseren Königsklasse-Luxusbussen, ausgestattet mit größtmöglichem Komfort. Zu unserem Königsklasse-Standard gehören natürlich der 1 Meter Sitzabstand und die komfortablen Liegesitze mit verstellbaren Kopfstützen, Fußrasten oder den super bequemen Beinauflagen. Die neuesten Busse sind ausgestattet mit dem einmaligen Panoramadach, das Ihnen den Blick in den Himmel oder auf andere Sehenswürdigkeiten ermöglicht. Unser Königsklasse-Bus. Der sichere Luxusstandard für Ihre Reise. Sieht er nicht toll aus, unser Reisebus? Ja, von der Anreise, dem Taxi-Service morgens, dass alle pünktlich abgeholt werden, zum Bus gebracht, dass die Busfahrer alle geprieft sind und den Gästen einen abwechslungsreichen Tag bieten. Das wird alles schon vorgeplant, fast ein Jahr vorher, dass diese Tour gut läuft. Und zwischendurch ist immer Zeit für eine kleine Pause. Einen Imbiss oder einen Becher Kaffee, bevor es weitergeht, die Welt zu entdecken. Diese Reise hier führt uns beispielsweise nach Tschechien in die historische Altstadt von Karlsbad. Im weltberühmten Grand Hotel Pupp kann man sich mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen, um danach frisch gestärkt eine Kutschfahrt durch das bezaubernde tschechische Kurva zu genießen. Ich kann angefangen morgens beim Abholen mit der Taxe bis zum Schluss alles. Nette Leute vor allen Dingen immer wieder kennenlernen. Weil das super bequem ist. Super Service, gutes Management, einfach nur toll, einfach super. Es ruht. Also mit Schörnig zu reisen ist ein tolles Gefühl rundum Sorglos-Paket Familie Schörnig. So wollen wir das und dafür bezahlen wir gerne unser Geld. Vor allem das sichere Fahren, das spricht sich doch um. Dass es immer gut organisiert ist. Wir waren im September noch in Toskana, das war auch sehr gut, auch mit Schörnig. Dann haben wir gedacht, dann machen wir die Finalfahrt. Professionelle Reisebegleiter machen die Städtetouren zu den beliebtesten Events unserer großen Angebotspalette. Im Reisebus mit Panoramaglasdach bringt sie unser Königsklasse-Chauffeur informativ und sicher durch ihre Lieblingsstadt. Es gibt immer etwas zu entdecken. Mal so, wir haben ganz groß an den Bussen stehen Königsklasse. Und damit ist nicht nur die Firma, sind nicht nur die Fahrzeuge gemeint, nein, auch unsere Gäste. Und das muss man ganz deutlich sagen. Wir sind es von unseren Gästen gewohnt, immer gut drauf, nett, zufrieden und äußerst pünktlich. Oh, das Schöne ist, wenn man nette Gäste hat, wieder den vollen Bus fahren darf, gute Stimmung im Bus, dann geht's einem einfach gut. Da geht's einem einfach gut, sagt der Stefan. Und recht hat er. Lassen Sie sich einfach einmal verwöhnen. Genießen Sie die Landschaft. Sie müssen ja nicht selber fahren. Sie werden chauffiert. Und das einfach nur königlich. Das leibliche Wohl unserer Gäste steht ganz oben auf der Königsklasse-Agenda. Ausgewählte und getestete Locations, Konzertsäle, Kurorte und Erlebnis-Gastronomien gehören zu unseren Lieblingszielen. Unser Wunsch ist, dass Sie nicht nur zufrieden, sondern dass Sie glücklich sind und Ihre Reiseerlebnisse weiterempfehlen. Die Königsklasse. Bei uns sind Sie gut aufgehoben. Wir kümmern uns um Sie. Werden Sie Teil unserer Reisefamilie. Herzlich Willkommen in Bahorn aus der Oberwiesenthal. Toskana und was waren wir noch? Belgien waren wir und Antwerpen waren wir. Was ist das Schöne immer wieder? Es ist das Schöne, dass man sich so gut um uns kümmert. Das ist das Beste. Man ist gut aufgehoben. Irgendwann ist auch die schönste Reise mal beendet. Aber man kann sich ja schon auf die nächste freuen. Viele Gäste tun das auch und haben bereits für die neue Saison gebucht. Jetzt geht es aber erst einmal sicher mit dem Taxi nach Hause. Also es war wunderbar. Alles hat geklappt wie am Schnürchen und hat uns super gefallen. Wetter war toll, Stimmung war toll, alles toll. Ja, habt ihr gut gemacht. Dann weiter mit der Königsklasse. Tschüss. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann besuchen Sie uns doch einfach gleich jetzt an unserem Königsklasse-Stand. Wir laden Sie ein auf ein Gläschen Sekt direkt bei unserem Königsklasse-Bus.